Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nüchterweisheit Letzter Schluss. Ja, heute geht es mal in einer Kurzfolge darum, was ist eigentlich der Unterschied zwischen SU und SU-. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe beides schon mal in meinen vorigen Videos verwendet. Aber warum und wieso, das gucken wir uns an. Erstmal ganz allgemein, das Kommando SU für Super User, das wird verwendet, um nach dem Anmelden mit einem normalen Benutzerkonto, wie zum Beispiel Test oder so, Gutrechte zu erlangen. Da gibt es die Variante, dass man einfach bloß SU eingibt, Enter drückt und dann muss man eben das Passwort eingeben und dann ist man hinterher Root. Oder man macht das in der anderen Variante, dass man SU beifällt, Minus macht und dann wird man Root, aber das Ganze simuliert so eine normale Anmeldung, als ob ihr euch eben als Root direkt an so eine Eingabemaske direkt angemeldet habt. Der Unterschied dabei ist, dass diese Umgebungsvariablen, davon gibt es einige, eben gesetzt werden bei dieser SU-Variante für den neuen Benutzer Root. Und wenn ihr das eben ohne das Minus macht, dann habt ihr eben diese Umgebungsvariablen genau noch, wie sie bei eurem ja normalen unprivilegierten Benutzer gewesen sind. Zum Beispiel diese Path-Umgebungsvariable, die listet Verzeichnisse auf, in denen die Shell, die ihr verwendet oder eben auch andere Programme, nach Programmen suchen, die ihr einfach so ausführen könnt. Normalerweise müsst ihr ja keinen absoluten Pfad angeben, also sowas wie USR, BIN und dann MC oder so für den Midnight Commander. Da reicht es normalerweise ja aus, wenn ihr einfach bloß MC eingebt und schon habt ihr ein Midnight Commander. Und diese Pfade, in denen diese ausfällbaren Dateien gesucht werden, die stehen eben in dieser Umgebungsvariable. Und bei Root und einem normalen Benutzer ist diese Information, die dort hinterlegt ist, eine andere. Für den Root-Benutzer sind zum Beispiel auch Pfaden wie schrägstrich SBIN oder schrägstrich USR SBIN auch mit da drin. Dort befinden sich halt Werkzeuge, Programme, die eigentlich für den Super-User, deswegen auch das S am Anfang, gebraucht werden oder die dafür einfach gedacht sind. Also für den Root-Benutzer. Das ist sowas wie Partit zum Partitionieren, andere Programme, mit denen man eine Menge kaputt machen kann. Man kann natürlich auch als normaler Benutzer diese Programme aufrufen, indem man eben den ganzen Pfad mit angibt. Dann fehlen einem vielleicht für die Durchführung der Anlegen von Partitionen zum Beispiel die nötigen Rechte. Aber man kann das Programm eben auch starten. Aber man muss es eben als kompletten Pfad angeben. Und wenn ihr jetzt das SU- macht, also Root werdet, dann wird eben diese Umgebungsvariable so gesetzt, dass ihr eben Partit und Co. eben direkt starten könnt, ohne dass ihr den ganzen Pfad angebt. Eine andere Umgebungsvariable ist dieses Home, also das Heimatverzeichnis, in dem ihr euch befindet. Normalerweise schrägstrich Home, schrägstrich euer Benutzername. Wenn ihr jetzt aber Root werdet, möchtet ihr eventuell, dass das eben auch auf Schrägstrich Root geändert wird, was eben das Heimatverzeichnis vom Benutzer Root ist. Dann gibt es eben noch verschiedene weitere Umgebungsvariablen, wie hier Lang und LC All. Da stehen Spracheinstellungen drin und dann gibt es halt viele, viele weitere Sachen mehr. Kommen wir darauf an, was man vorhat. Also eigentlich ist es immer praktisch SU Freifeld Minus zu machen. Dann habt ihr quasi so eine saubere Login-Umgebung, als ob ihr euch direkt mit Root angemeldet hätte. Gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal in, ja Farbe ist natürlich wieder falsch gesagt, aber in einer Shell an. Ich bin hier noch auf meinem Aufnahmesystem. Jetzt verbinde ich mich als Benutzer Test mit einer virtuellen Maschine, gebe mein Passwort ein. Das ist ein Debian 11, was ich für M23 benutze zum automatisierten Testen. Da habe ich jetzt mal zweckentfremdet. Und wenn ich jetzt hier mit Export einmal gucke, dann habe ich hier meine Umgebungsvariablen alle aufgelistet, die dort drin stehen. Da steht zum Beispiel diese Home-Variable, die ist eben auf Home-Test. Dann habe ich hier dieses Leng, meinen Zeichensatz, der in der Shell verwendet werden soll. Das lesen diverse Programme aus, damit sie eben, wenn vorhandene Übersetzungen auf Deutsch mit einblenden, also dass es halt übersetzt wird. Dann haben wir hier eben dieses Path, da steht die Liste drin mit verschiedenen Faden, wo nach diesen ausführbaren Dateien gesucht wird. Immer mit so einem Doppelpunkt getrennt. Das hier ist eben ein Suchpfad, das ist der nächste und so weiter und so fort. Als erstes probiere ich jetzt die Variante ohne Minus. Ich tippe einfach SU ein, enter mein Passwort dazu und dann gucken wir uns mal an, was sich da so gegeben hat in den Umgebungsvariablen. Hier das Path ist halt weiter ohne diese SBIN-Varianten wie vorher. Dann ein bisschen nach oben geguckt. Meine Home-Variable, die hat sich jetzt sogar schon geändert. Also ich bin jetzt Root-Benutzer und meine Home-Variable ist jetzt auch auf das richtige Heimatverzeichnis von dem Root-Benutzer gewechselt worden. Der Logname, also mein Login-Name bleibt bei Test. Das ist so ein bisschen inkonsequent. Das Mail-Verzeichnis ist auch schon richtig, aber es ist quasi noch so eine, ja so eine Suppe aus verschiedenen Sachen, die nicht zusammengehören. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal anders mache, ich drücke jetzt STRG und D, damit kann ich mich wiederum abmelden. Und jetzt mache ich SU- und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt Home bleibt weiterhin genauso wie vorher. Mein Logname ist jetzt Root, also das stimmt jetzt auch. Und in meiner Path-Umgebungsvariablen habe ich jetzt auch die Variante mit SBIN, also die Verzeichnisse mit den Programmen für den Super-User. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ultra-Kurz-Folge, denn ich habe im Moment eine Menge anderes um die Ohren. Von daher, ja, ist es halt mal kürzer, aber gerne hier abonnieren, Glocke drücken. Joa, ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.